Obwohl er mich oft ärgert und mich manchmal zum Wahnsinn treibt und er mich andauernd verfolgt und er, er belauscht auf fremde Gespräche, aber ich, ich liebe ihn. Wieso, wieso liebe ich ihn? Wieso liebe ich ihn nur, Mama? Warum muss mir das denn nur passieren? Was soll ich denn nur machen? Sag es mir! Es wird alles gut. Es wird alles gut werden. Ich weiß es, glaub mir. In diesem Augenblick ist unser Schutzengel hier bei uns. Mit seiner Hilfe wirst du dich auch wieder verlieben können. Er wird dir beibringen, wieder zu lieben. Dein Leben wird wieder mit Liebe erfüllt sein. Ganz bestimmt, Kind. Jetzt komm, mein Kind. Jetzt geh mir nach Hause. Komm, steh auf. Auch Amman möchte, dass mein Leben von Liebe erfüllt ist. Von Rohits Liebe. Aber Rohit?